Ich bin Laura. Mein Name ist Katharina. Ich bin Lottie. Ich bin Henrik. Ich bin die Aileen. Das allererste Produkt, was ich so von Kentucky kenne oder wofür ich geschwärmt habe, war tatsächlich die Kentucky Show Rug. Und die ist halt auch einfach so schön. Also wir benutzen die hauptsächlich für den Transport, weil man sich gar nicht traut, die in der Box drauf zu tun, weil sie so schön ist. Also bei Kentucky Optik oder Funktionalität ist beides auf selber Höhe, würde ich für mich einfach sagen. Aber für mich ist einfach diese Funktionalität daran sehr entscheidend, dass ich die einfach nutzen kann, dass ich die auf viele verschiedene Pferde nehmen kann, dass die stabil bleiben und trotzdem einfach gut aussehen dabei. Also es ist ein Win-Win. Sieht gut aus und funktioniert gut. Ein absoluter Kentucky-Geheimtipp ist die Recuptex-Reihe. Vor allem die Decke, die man da bekommen kann, auch mit Halsteil, aber auch die steil Gamaschen. Denn die haben wirklich den Vorteil, dass sie die Pferdebeine nicht so erwärmen, sondern wirklich einfach das machen, was sie versprechen. Nämlich gut durchbluten, aber gleichzeitig nicht überhitzen. Das ist halt vor allem im Sommer oder auch auf dem Übernachtungsternier total wertvoll. Bei Pferde-Equipment ist mir sehr wichtig, dass die Qualität stimmt, wenn ich das gewaschen habe, dass es aus der Maschine genauso rauskommt, wie ich es da wieder reingetan habe. An Kentucky mag ich die zeitlosen Designs. Die Sachen sehen einfach super schön aus, sind aber gleichzeitig robust und haben eine richtig gute Qualität. Und man kann einfach alles immer in die Waschmaschine stecken und es sieht aus wie neu danach. Bis zum nächsten Mal.